Musik Heute möchte ich euch die aktuelle 2 Euro Münze aus Deutschland und Frankreich vorstellen, 30 Jahre Mauerfall. Zum Ereignis selbst muss ich denke ich nicht viel sagen, ist einerseits selbsterklärend, andererseits gab es in den letzten Tagen sehr sehr viele Berichte in den Medien, wer das sehen wollte, konnte es auf jeden Fall sehen. Aber vielleicht etwas mehr zur Münze. Die deutsche Münze hat eine Auflage von insgesamt 30 Millionen Stück, verteilt auf die 5 Prägestätten Berlin, München, Stuttgart, Karlsruhe und Hamburg. Die französische Münze hat eine Auflage von 10 Millionen Münzen. Um dann noch etwas mehr ins Detail zu gehen, die deutsche Münze hat auf der rechten Seite ein D für Deutschland und die französische Münze ein RF für Republik Francais. Daran kann man erstmal das Land unterscheiden und wer bei den deutschen Münzen noch etwas genauer sein möchte und die Prägestätten unterscheiden möchte, die findet ihr etwas weiter links unten auf der Münze. Damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Vielen Dank.